Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video besprechen wir einen TradingView Premium Indikator, welcher dir dabei hilft, deine Trading Profite zu maximieren. Also bleib dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin US-Dollar Tagesschart und in dem heutigen Video besprechen wir den Lux-Algo Premium Indikator für TradingView. Nachdem ihr diesen Indikator freigeschaltet habt, könnt ihr einfach auf Indikatoren klicken, dann auf Einladung, Skripte und dann klickt ihr hier den Lux-Algo Premium, Lux-Oxylator Premium und Lux-Statistik Premium an. Dann erscheinen die einmal hier an der Seite und hier unten. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier oben schon mal den Lux-Statistik Premium. Dieser ist dafür da, Böden und Tops zu erkennen und vorherzusagen. Ihr seht zum Beispiel hier jeweils, wenn wir so ein rotes Schild hier oben haben, bedeutet das, dass wir einen Top erreicht haben. Ihr seht also, hier wurden drei miteinander die Tops perfekt gecallt. Ihr seht auch hier, bei 29.000 Dollar hatten wir dieses grüne Schild. Das heißt, dass wir hier den Boden erreicht haben. Und ihr seht auch hier, der Boden wurde sehr gut gecallt. Hier nochmal das Top und hier unten nochmal bei 40.000 Dollar den Boden hier vor dem zweiten Peak. Unten drunter habt ihr noch den Lux-Oxylator Premium. Hier habt ihr immer einen bullischen und einen bärischen Schnitt. Diesen kann man dann verwenden, um hier jeweils das Top und den Boden nochmal zu verifizieren. Auf diese Funktion werden wir in kommenden Videos noch ausführlicher darauf eingehen. Heute möchte ich euch eine einfache Beginnerstrategie zeigen, wie ihr sofort eure Profite beim Traden maximieren könnt. Dazu klickt ihr jetzt hier oben einfach auf den Indikator und aktiviert ihn. Und dann seht ihr, dass sich jetzt hier schon die Candles verändert. Ihr seht, wir haben jetzt hier rote, grüne und violette Candles. Und ihr seht, wir haben hier Kauf- und Verkaufssignale. Und jetzt habt ihr sofort eigentlich schon eure Trading-Signale. Wir schauen uns jetzt immer die Performance an seit hier Beginn 2020. Da seht ihr zum Beispiel, wir haben hier grüne Candles und ein Kaufsignal. Das heißt also, hier ist das Kaufsignal bestätigt. Und man wäre dann also hier damals bei 11.000 Dollar long gegangen. Ihr seht, wir hätten dann hier einen starken Anstieg und hätten unsere Profite geholt. Hier, wo wir ein Verkaufssignal bekommen. Ihr seht, dass wir hier einen Anstieg von 248 Prozent, also von ca. 11.000 Dollar auf 35.500 Dollar. Hier oben bei dem Sell-Signal hätten wir unsere Profite genommen. Und hier hätten wir dann einen Short eingehen können. Oder man hätte auch hier einfach sagen können, okay, wir sind ja im Aufwärtstrend. Ich trade nur die Long-Position. Das heißt, hier haben wir dann nochmal ein Long-Signal bekommen. Ungefähr bei 37.000 Dollar. Ihr seht, daraufhin sind wir hier dann angestiegen bis auf 60.000 Dollar. Wir hatten hier das nächste Verkaufssignal. Das war so dann hier nochmal ein 52 Prozent Anstieg. Und auch hier der Crash von über 50 Prozent im Mai, der hier einige wirklich hart getroffen hat. Einige Trader, die hier gnadenlos liquidiert wurden. Ihr seht, der wurde hier von Lux, Algo, perfekt vorhergesagt. Wir haben hier ein starkes Verkaufssignal bekommen. Und rote Candles, das heißt also das Short-Signal war hier bestätigt. Man wäre dann hier ungefähr bei 55.000 Dollar Short gegangen. Und hätte hier dann den Abfall hier von knapp 50 Prozent Shorten können. Oder wenn man eben nur Long traden möchte, wäre man eben hier gewarnt gewesen, dass es bald an eine starke Korrektur kommt. Und hätte dann hier seine Profite gesichert. Ihr seht, nach dieser heftigen Korrektur hatten wir hier nochmal ein bestätigtes Long-Signal. Ungefähr bei 40.000 Dollar. Ihr seht, daraufhin hatten wir hier auch einen schönen Anstieg von wieder 39 Prozent. Und ihr seht auch, hier hatten wir nochmal ein kleines Verkaufssignal und ein Long-Signal nochmal für das zweite Peak. Ihr seht also, hier die Kauf- und Verkaufssignale sind schon sehr präzise. Aber wir können die noch filtern und erhalten dann noch deutlich präzisere Long- und Short-Signale. Dafür geht ihr hier einfach nur auf Einstellungen. Und dann habt ihr hier verschiedene Funktionen. EQ-Cloud, Reversed Zones, Trend Tracer und Trend Catcher. Auf all diese Funktionen werden wir eingehen, noch in kommenden Videos. Heute aber zeige ich euch, wie gesagt, eine einfache Anfängerstrategie. Und deswegen aktivieren wir jetzt nur den Trend Tracer. Und jetzt seht ihr hier eine kleine Veränderung. Und zwar habt ihr jetzt hier diese grüne Linie, die auch nach Rot wechseln kann. Und diese sagt uns einfach nur den Trend vorher. Ihr seht zum Beispiel, diese Linie ist jetzt hier schon seit Oktober 2020 grün. Und diese war grün bis hier oben dem Crash im Mai. Das heißt also, Lux Algo hat hier einen Aufwärtstrend vorhergesagt. Und hier kann man jetzt ganz einfach die Signale filtern. Man kann sagen, okay, solange hier der Trend Tracer grün ist, solange nehme ich hier nur die Long-Signale. Und wenn ein Sell-Signal kommt, nehme ich nur meine Profite, aber gehe keinen Short ein. Das heißt also, wir filtern die Short-Signale raus, solange hier der Trend Tracer grün ist und nutzen sie eben dann nur als Signal, um unsere Profite von dem Long zu nehmen. Das heißt also, hier unten seht ihr im Oktober 2020, hier ist der Trend Tracer grün. Wir bekommen ein Kaufsignal. Das heißt also, wir gehen hier nochmal bei 10.700 Dollar Long und bleiben Long bis zu dem Verkaufsignal. Das ist ein Anstieg von 242%. Hier oben bei dem Verkaufsignal nehmen wir unsere Profite, aber wir gehen keinen Short ein, denn wir seht, der Trend Tracer ist noch grün. Das bedeutet also, wir warten nur auf das nächste Long-Signal. Das bekommen wir auch kurz später hier schon bei 37.000 Dollar und wir bleiben wieder so lange Long, bis wir ein Verkaufsignal bekommen. Das haben wir hier oben bei 55.000 Dollar bekommen. Das war hier ein 50% Anstieg. Und jetzt seht ihr es eben hier oben. Ihr seht jetzt, wir haben ein Verkaufsignal und der Trend Tracer wechselt hier oben auf Rot. Das heißt also, der Aufwärtstrend hier oben ist beendet. Und jetzt, solange der Trend Tracer Rot ist, schauen wir uns nach Schwarz um. Das heißt also, hier oben haben wir ein Verkaufsignal, der Trend Tracer ist rot. Das heißt also, wir gehen hier oben bei ca. 55.000 Dollar Short so lange, bis der Trend Tracer nochmal grün wird. Und ihr seht, der wurde hier unten dann bei 34.000 Dollar ungefähr nochmal grün. Das heißt also, man hätte hier nochmal ein 33% Short mitnehmen können. Und dann seht ihr, der Trend Tracer war seitdem hier nochmal grün. Das heißt also, man hätte hier dann nur nochmal jetzt die Longs mitgeholt. Das heißt, dieser Long hier von ungefähr 34% und den aktuellen Anstieg hier hätte man auch mitgenommen. Von aktuell 29%, im Peak hier sogar einem 40%. Ihr seht also, der Indikator hier ist vor allem sehr gut für Trader, die lange Trends traden möchten. Die eben nicht Zeit haben, jeden Tag rund um die Uhr im 15-Minuten-Takt vor dem Computer irgendwie zu traden. Sondern die einfach auf Tages- und Wochenbasis lange Trades mitholen wollen. Denn wenn wir uns hier mal anschauen, ihr seht also, während dieser ganzen Periode hier, wo der Trend Tracer grün war, hätten wir ja nur, wie erklärt, die Longsignale mitgenommen. Das heißt also, wir hätten hier ein Longsignal mitgenommen von über 200%, hier ein Longsignal mitgenommen. Und das wäre es dann hier schon gewesen von Oktober 2020 bis April 2021. Dann seht ihr, hier hätten wir diesen schönen 30% Short mitgenommen und dann hier nochmal diese zwei Longsignale, als der Trend Tracer hier wieder grün war. Das heißt also, wir hätten hier insgesamt von September 2020 bis aktuell, also Oktober 2021, nur fünf Trades ausgeführt. Davon vier Longs und ein Short, welche jeweils extrem profitabel waren. Lux Algo eignet sich aber nicht nur, um Bitcoin profitabel zu traden. Ihr könnt den auch für jeden Altcoin verwenden. Ich habe jetzt hier als Beispiel einmal Ethereum rausgesucht. Und ihr seht auch hier, unsere Anfängerstrategie funktioniert sehr gut. Wir benutzen den Trend Tracer, um die Signale zu filtern und haben hier eben die Long- und Short-Signale. Ihr seht auch hier, wurde die Korrektur im April sehr gut gecallt. Ihr seht, hier oben wurde das Top gecallt. Der Trend Tracer ist von grün auf rot. Das heißt also, hier hätten wir auch Short gehen können, runter bis zum nächsten Kaufsignal. Das waren hier 49,5%. Man hätte also hier den Short mitnehmen können und wäre sogar gewarnt gewesen, dass eine heftige Korrektur kommt. Und ihr seht auch, der Boden hier wurde perfekt gecatcht. Ihr seht, wir haben hier dann nochmal ein Long-Signal bei 1.800 Dollar. Das wurde hier durch den Trend Tracer bestätigt bei 2.040 Dollar. Und ihr seht, dann hätten wir hier den Anstieg nochmal schön mitgenommen bis zum nächsten Verkaufssignal. Waren hier auch nochmal 54%. Und ihr seht auch, der Trend Tracer ist hier grün geblieben. Das heißt also, wir wären hier oben nicht Short gegangen. Hätten also hier nur unsere Profite mitgenommen. Und wir wären aktuell hier nochmal bei 3.300 Dollar Long gegangen. Bis zum aktuellen Preis nochmal ein 21% Anstieg. Im Peak waren es hier sogar schon 34%. Also ihr seht, Lux Algo funktioniert auch für jeden Altcoin. Und wir können uns hier auch den Wochenchart anschauen. Hier bekommen wir wirklich auch langfrische Signale, die sich auch lohnen als Hotler. Wenn man sich fragt, okay, wann ist ein guter Zeitpunkt, um nachzukaufen? Wann ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht Profite mitzunehmen? Und ihr seht ja zum Beispiel auch, dass wir hier ein sehr schönes Long-Signal hatten am 20. Juli 2020. Ihr seht, der Trend Tracer wird grün. Wir haben ein Kaufsignal. Und ihr seht, dieses ist hier perfekt angehalten bis zum Top. Das war ein Anstieg von 1.200%. Ihr seht, genau hier beim Top wird der Trend Tracer rot. Und wir haben ein Verkaufssignal. Verkaufssignal, das war also hier das Zeichen, okay, Profite zu nehmen. Da seht ihr also, hier hätte man über mehrere Monate einen sehr schönen Long-Trade mitnehmen können. Und das völlig ohne Stress, ohne dass man jeden Tag stundenlang vom Computer verbringen muss. Und dieser Indikator funktioniert nicht nur für Crypto-Währungen, sondern man kann damit auch Gold traden. Ihr seht, hier hatten wir zum Beispiel ein schönes Long-Signal bei 1.274 Dollar, was sie angehalten hat, bis in die 2.000 Dollar-Zone. Das war also auch hier ein sehr schöner Anstieg von über 40%. Und es funktioniert natürlich auch für Aktien. Ich glaube jetzt hier den S&P 500. Ihr seht sogar, hier wurde das Black Swan Event, also der März-Crash, der Pandemie-Crash aus 2020 vorhergesagt. Ihr seht, hier oben hat man ein Verkaufssignal bekommen. Und der Trend Tracer hat hier oben bei 3.242 auf Rot gewechselt. Direkt bevor hier der heftige Crash von über 33% kam, was ja für Aktien schon enorm ist. Das ist ein bisschen anders von der Verhältnismäßigkeit als Crypto-Währung. 30% Abfall bei Aktien ist wirklich schon sehr stark. Und ihr seht auch, dann nach dem Pandemie-Crash ist hier der Trend Tracer nochmal grün geworden bei ungefähr 2.941. Und dieses Long-Signal hat angehalten bis hier oben hin. Das war auch ein Anstieg nochmal von 51%. Hier hätte man dann also komplett ohne Stress ein Long aufmachen können oder auch langfristig kaufen können. Wer so langfristig Aktien hält und hätte hier durchgehend gewusst, dass wir uns in einem Long-Trade, also in einem Aufwärtstrend befinden. Das war jetzt eine kleine Übersicht von Luxalgo, wie man hier Kryptowährungen, Bitcoin, Altcoin, Gold oder auch Aktien mit einer einfachen Anfängerstrategie traden kann. Auf die weiteren Funktionen von Luxalgo werden wir in den kommenden Videos noch eingehen. Aber Luxalgo hat auch einen YouTube-Kanal. Hier wird alles erklärt. Jede einzelne Strategie, jede einzelne Funktion des Indikators. Und Luxalgo hat auch eine deutschsprachige Webseite jetzt neu. Hier gibt es auch einen 24-Stunden-Kundensupport. Das heißt, egal welche Frage ihr habt, hier könnt ihr direkt mit dem Kundensupport kommunizieren. Die antworten euch innerhalb von 24 Stunden und beantworten alle Fragen. Und hier seht ihr auch noch die verschiedenen Bewertungen von Luxalgo. Über 25.000 Trader benutzen Luxalgo. Luxalgo ist verifiziert durch Trustpilot. Hat auf Trustpilot sehr hohe Sterne, fast die volle Sternzahl. Die haben die 4,5 von 5 Sterne und auch sehr gute Bewertungen. Und ihr habt auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr seht hier die verschiedenen Abomöglichkeiten. Monatlich 67 Dollar. Aber je länger ihr den Indikator benutzt, desto günstiger wird es. Vierteljährlich 143 Dollar und jährlich 489 Dollar. Und wenn ihr meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung benutzt, bekommt ihr nochmal 20% auf das Abo. Das heißt also, wenn ihr jährlich dann diesen Indikator bucht, kostet ihr ungefähr noch 32 Dollar. Und ihr könnt direkt über Coinbase bezahlen. Das Beste dabei ist, ihr habt kein Risiko. Ihr könnt beispielsweise einen Probemonat zuerst buchen. Und wenn euch dann der Indikator nichts zusagt, habt ihr hier eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und falls euch nach einem Monat der Indikator gefällt, könnt ihr einfach rüber wechseln auf das jährliche Abo. Und spart hier dann 40% und nochmal die 20% durch meinen Affiliate-Link. Und könnt somit gleichzeitig auch noch ohne zusätzliche Kosten meinen Kanal unterstützen. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.